Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lightrider FAQ Video Volume 2 und in diesem Video werde ich euch wieder fünf Fragen beantworten, die ihr mir auf Facebook oder Instagram oder sonst wo gestellt habt, so dass ihr dann da auch immer entsprechende Antworten bekommt. Fangen wir direkt an mit Frage 1. Der Jürgen möchte wissen, gibt es einen Vorteil, wenn man Lightrider mit Serato DJ verbindet? Ja, natürlich, weil man natürlich Lightrider ja über Ableton Link mit Serato DJ verbinden kann. Das heißt, dass auch der BPM dann quasi im gleichen Takt läuft wie in Serato DJ, so dass man auch die Lights dann entsprechend auf den Takt der DJ Software Serato entsprechend abstimmen kann. Dann, der Christian hat auch noch eine Frage gestellt, welche Interfaces sind kompatibel? Ja, Christian, dazu gibt es bei uns auch einen coolen Artikel, aber ich erzähle nochmal ganz kurz in Kürze. Du kannst zum Beispiel das American DJ Airstream DMX nutzen, du kannst einen Eurolight Note 1 nutzen, du kannst aber auch jedes andere Artnet Note nutzen. Du musst nur im Hinterkopf behalten, sobald das Lightrider Interface rauskommt, werden wahrscheinlich alle anderen Artnet Notes nicht mehr funktionieren. Das einzige Interface, was nach dem Upgrade auf das Lightrider Interface funktionieren wird, ist das American DJ Airstream DMX. Das kannst du dann einmalig für 89 Euro upgraden und kannst es danach auch, nachdem das Lightrider Interface auf dem Markt ist, auch entsprechend weiterhin nutzen. Dann die nächste Frage, wie verbinde ich Hard und Software bei PC, Mac, Apple, Android? Okay, das ist nochmal eine ganz grundsätzliche Frage. Also nochmal zu eurem Verständnis. Lightrider und Dustlight sind zwei unterschiedliche Programme. Und Dustlight zum Beispiel kann ich nur auf Computern installieren. Klar, ich kann es über Easy Remote auch auf meinem Tablet verlinken. Aber Lightrider kann ich auch nur auf Tablets installieren, weil es eine App ist. Also gibt es da keine Möglichkeit, das irgendwie mit Dustlight zu verbinden. Also da müsst ihr auch aufpassen, das sind zwei unterschiedliche Programme, die aber aus dem gleichen Haus kommen, beziehungsweise von den gleichen Entwicklern stammen. Dann noch eine Frage, was wird empfohlen? Kabellösung oder Funklösung? Ich persönlich kann sagen, dass mir am besten die Funklösung gefallen hat. Wie gesagt, mit dem American DJ Airstream DMX habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das läuft auch wirklich stabil und da hast du auch keine Ausfälle, meiner Meinung nach. Und ich muss sagen, diese Konfiguration ist cool. Klar gibt es natürlich zum Beispiel auch mit dem Sushi DMX eine Kabellösung. Da muss man natürlich immer dann gucken, wie man das mit dem Strom vom Tablet macht. Also meiner Meinung nach ist eigentlich die beste Lösung, das über WLAN zu machen, weil man natürlich dann, weil es dann auch egal ist, ob ich ein Amazon Fire Tablet habe, ein iPad oder ein Android Tablet, weil man einfach die Verbindung dann über WLAN herstellen kann und das ist natürlich auch sehr stabil. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen mit der Frequenz, dass man da auch auf dem richtigen WLAN Channel ist, weil wenn man Locations hat, wo natürlich viele WLAN Netzwerke sind, muss man natürlich gucken, welche Kanäle da im WLAN Netzwerk auch frei sind. Dann war noch eine Frage, wie kann ich das Ganze virtuell vorab schon mal darstellen? Ich habe ja in meinen Videos gezeigt, dass ich das im 3D-Durcher gemacht habe. Das ist aber eine Version, die ich von Lightweiter zur Verfügung gestellt bekommen habe, damit ich das halt für euch für die Videos zeigen kann. Es gibt aber eine Möglichkeit, die ein bisschen komplexer ist. Was ihr machen könnt, ihr könnt quasi, wenn ihr jetzt ein Lightweiter Interface habt oder ein Admin Interface, könnt ihr da mit dem DMX Kabel rausgehen und dann würdet ihr in ein Dustlight Interface gehen, quasi in den Output des Dustlight Interfaces über einen Mail Changer und dann könnt ihr in Dustlight einfach den Output auf einen Input umstellen und das Ganze dann in den 3D-Editor überführen. Aber ich kann euch sagen, ist eine ganz schön komplizierte Geschichte. Ich habe es auch mal versucht und ich muss sagen, ist es schon echt nicht so einfach und da braucht man schon ein bisschen erweitertes Wissen in Dustlight und muss auch schon wissen, wie das Ganze dann so miteinander harmoniert. Das waren meine Lightweiler FAQs Vol. 2. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt zu Lightweiler, schreibt mir einfach einen Kommentar unter das Video, auf Instagram, auf Facebook, wo ihr gerade wollt. Schreibt uns einfach eure Fragen und ich werde dann im nächsten Video versuchen, eure Fragen mit aufzunehmen und die dann allgemein zu beantworten. Des Weiteren findet ihr auch noch weitere Fragen auf unserer Stage 223 Webseite. Da haben wir euch auch den Link dazu in der Artikelbeschreibung oder in der Videobeschreibung verlinkt und da findet ihr noch viele weitere interessante Fragen und natürlich auch die Antworten dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer am Ende sage ich practice and enjoy.